Schön, dass ihr reingeklickt habt auf den Kanal von Mesmer Multimedia. Es gibt was Interessantes zu berichten hier vom Sportplatz Kehlen. Mini-EM für die Kinder in Österreich. Und für dich als Jugendleiter natürlich auch eine Herausforderung, mit den Kindern nach Österreich zu fahren und dann gegen internationale Mannschaften zu spielen. So ist es. Wir wollen mal ganz was Neues probieren. Wir haben eine starke Truppe dieses Jahr aus allen drei Vereinen. Also sprich aus Prochenzell, Meckenbeuren und aus Kehlen. Die jungen Talente stehen hier gerade auf dem Platz, versuchen ihr Bestes. Wir gehen fleißig ins Training und schauen, dass wir in den nächsten drei Monaten das gut vorbereitet bekommen. Ich bin der Marc. Ich bin der Maxim. Ich bin der Lias. Ich bin der Kado. Ich bin der Tröten. Ich bin der Kenner. Ich bin der Leon. Ich bin der Leon. Das ist schon eine Besonderheit für die Kinder auch, weil ganz andere Spielvoraussetzungen bestehen. Also wir haben schon einiges zusammenbekommen, aber wir würden uns über jede weitere Spende freuen, damit wir die Eltern entlasten können und auch das Wochenende wirklich genießen können mit den Kindern. Natürlich wäre es schön, wenn wir erster Platz wären, aber dabei sein, das ist alles. Auf Team MINI M in Österreich. Hoi, hoi, hoi! Hoi, hoi! Hoi, hoi hoi! Hoi, hoi! Untertitelung des ZDF, 2020